Und in Brüssel verhandeln die Innenminister noch. Ich begrüße dort jetzt aber den CDU-Europa-Abgeordneten Elmar Brock, den Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament und einen der einflussreichsten Abgeordneten dort. Guten Abend, Herr Brock. Guten Abend. Herr Brock, Sie haben erst vor ein paar Tagen gesagt, das ist die schwierigste Krise der Europäischen Union seit 50 Jahren. Die Probleme mit Griechenland waren dagegen Peanuts. Und in dieser Krise können sich die Innenminister bei einem Sondergipfel gerade mal darüber einigen, dass Sie sich vielleicht bei Ihrem nächsten Treffen in vier Wochen über irgendwas einigen werden. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die EU? Ja, es ist wirklich ein Armutszeugnis für die Mitgliedstaaten. Nur für eine Reihe von Mitgliedstaaten, die nicht bereit sind, die gemeinsame Verantwortung zu übernehmen und schnelle Entscheidungen aufhalten. Und eine Verzögerung jetzt auf den 8. Oktober macht ja auch keinen guten Eindruck. Bei Griechenland traf man sich zweimal in der Woche und hier hat man wieder wochenlang Zeit. Und wenn ich die Situation jetzt sehe mit den Staus, die dort entstehen in Serbien, in Ungarn, dann muss man sehen, dass dieses auch für die Menschen eine bittere Situation ist. Ich glaube aber, es ist keine andere Möglichkeit, dass man auch in Deutschland kontrolliert, wenn nicht woanders kontrolliert wird. Denn irgendwo müssen die Menschen ja registriert werden, damit sie einem anstehenden Asylverfahren zugeführt werden können. Sie sind ja CDU-Politiker, so wie Angela Merkel. Heißt das, was Sie jetzt gerade sagen, dass die de facto Öffnung der deutschen Grenzen, jedenfalls für die Flüchtlinge aus Syrien, ein Fehler war? Nein, das will ich nicht sagen. Das war ja an diesem bestimmten Freitag, als die Menschen in Ungarn auf der Autobahn unterwegs waren und man eine Notlösung finden musste. Aber wir müssen sehen, dass Dublin außer Kraft ist, allein durch die schiere Masse der Menschen. Und wenn es nicht gelingt, durch gemeinsame europäische Maßnahmen, auch durch Beamte, österreichische, deutsche und andere Beamte, die man nach Griechenland in solchen Ländern schickt, um dort die Registrierung auch vor Ort statt vorzunehmen und dann eine gerechte Verteilung vorzunehmen, sind wir in einer solchen Situation. Deswegen ist das jetzt ein Gesamtpaket, das erreicht werden muss. Registrierung so früh wie möglich, Quotenverteilung und das so zu regeln, dass die Asylsuchenden dann in den Ländern bleiben müssen, denen sie zugewiesen sind. Aber wie soll denn das in der Praxis funktionieren? Selbst wenn man sich auf eine Quote einigen kann, wonach es noch immer nicht wirklich aussieht, dann sagt der slowakische Innenminister heute, werden die Flüchtlinge innerhalb von zwei Tagen trotzdem wieder in Deutschland sein? Nein, bei der Registrierung sind ja auch Fingerabdrücke vorgesehen und wer einem Land zugewiesen ist, das kann man ja dann feststellen, der wird dann in das Land wieder zurück zu überweisen sein und er wird in dem neuen Land, in das er hineingeht, keinerlei soziale Unterstützung als Anspruch haben. Das brauchen wir in Deutschland seit den Jahrzehnten mit dem Königsteiner Schlüssel. Nur, dass ich Sie richtig verstehe. Aber das, was Sie jetzt sagen, heißt nicht, dass es dann keine Reisefreiheit für die Asylwerber geben soll. Oder schon? Nein, aber Asylbewerber haben immer eine begrenzte Reisefreiheit. Die volle Reisefreiheit tritt erst ein, wenn das Asylersuchen anerkannt ist. Da soll aber die Reisefreiheit dann schon gewährleistet bleiben? Dann, wenn jemand Asyl bekommt innerhalb der Europäischen Union, dann kann er innerhalb der Europäischen Union reisen. Aber er kann nur Ansprüche erheben in dem Land, in dem er zugewiesen ist. Alle anderen Länder sind dann informiert, dass dort nicht ein neuer Antrag gestellt werden kann. Jetzt sind ja noch immer Zehntausende Menschen unterwegs am Balkan Richtung Westen und möglicherweise Hunderttausende warten im Nahen Osten darauf, nach Europa zu gelangen. Wie soll denn die EU damit umgehen? Wie soll man denn ganz praktisch die Außengrenzen der EU schützen, wie es immer gesagt wird? Einmal müssen wir in der Tat die sogenannten Hotspots zum Arbeiten bringen, in Italien, in Griechenland, möglicherweise auch in der Türkei oder im Libanon, in anderen Ländern, um frühzeitig die Möglichkeit der Registrierung zu gehen. Wir müssen endlich jetzt auch bei den Vereinten Nationen durchsetzen, dass die europäische Mission, die gegen Schmuggler vorgehen kann, in die Territorialgewässer von solchen Ländern, aber insbesondere auch in Libyen mit hineingehen kann, um dort die Schmuggler abzufangen. Aber das große Aufgabe wird sein, einmal, ich habe das heute mit Sebastian Kurz zusammen gefordert, dass man mehr Geld in die Lager gibt, dass es dort anständige Bedingungen im Libanon, im Jordanien, in der Türkei, in Kurdistan gibt. Aber das letzte Punkt ist, wir brauchen jetzt im Rahmen der Vereinten Nationen eine große gemeinsame diplomatische Mission der Europäischen Union, der Amerikaner, der Russen, um die Übeltäter der Region, nämlich Ankara, Riyadh und Teheran, die dort einen Stellvertreterkrieg führen, in ihre Verantwortung zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass dieser Krieg im Irak und in Syrien beendet wird. Aber was fordern Sie da? Eine umfassende Militäraktion oder einfach eine Friedenskonferenz? Eine Friedenskonferenz. Wir müssen hier sehen, dass dies ein Stellvertreterkrieg ist, in dem vor allem Riyadh und Teheran miteinander kämpfen. Das sieht man in der Situation in Syrien, man sieht das auch im Libanon, letztlich auch im Irak. Und da muss man deutlich machen, dass diese Regionalmächte, die ihre Rolle spielen, indem sie die Gruppen dort jeweils unterstützen, um ihren Einfluss auszudehnen, dass die das jetzt beenden müssen. Und ich glaube, da ist eine gewisse Chance da, weil sie auch sehen, dass der islamische Staat für sie auch ein Problem wird. Und hier muss, glaube ich, die große Initiative da sein, die auch die Amerikaner und die Russen mit einschließt. Und ich meine, die Generalversammlung der Vereinten Nationen gibt es jetzt die Chance, dass die zuständigen Herrschaften dort endlich zusammenkommen und ihrer Pflicht Genüge tun. Aber kann eine solche Friedenskonferenz ohne den syrischen Diktator Assad überhaupt irgendeinen Sinn haben? Werden die Russen da überhaupt zustimmen? Ich bin der Auffassung, dass dies erstmal die Regionalmächte um die beiden Länder herum sein sollten, die dort reden sollten. Und die müssen bereit sein zu einem gemeinsamen Konzept. Und dann muss man sich der Situation in Syrien oder im Irak zuwenden. Aber erst müssen mal die genannten westlichen Staaten plus Russland, plus Ankara, Teheran und Rehat sich einig sein, um das in einer gemeinsamen Initiative münden zu lassen. Das ist eine einzige Chance. Sonst steht uns dort ein neuer 30-jähriger Krieg bevor. Mit all den Konsequenzen über Jahre für die Flüchtlingsbewegung. Sie haben gesagt, man muss die Flüchtlingslage in der Region dort mit mehr Geldmitteln fördern. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Die UNO hat jetzt Finanzmittel gekürzt, weil sie einfach schlicht das Geld nicht mehr hat. Jetzt wird in der EU darüber gesprochen, aber da wird über Millionenbeträge geredet. Ist das nicht absolut lächerlich, ein paar Wochen, nachdem man gerade über 80 Milliarden an Griechenlandhilfe beschlossen hat? Nun, das ist ja nicht vergleichbar. Denn das Geld ist ja vorhanden in einem Topf. Und ich glaube, man sollte nicht bestimmte Dinge miteinander vermischen. Aber natürlich muss man mehr tun. Und die Europäische Union hat es schon getan. Die Europäische Union hatte 60, 70 Prozent der Geldmittel für diese Lage aufgebracht. Aber das zeigt nicht, dass es bei weitem nicht ausreicht. Und deswegen müssen wir sehr viel mehr machen. Ich glaube, hier muss man schon eine Milliarde letztlich in die Hand nehmen. Woher aber neben dem europäischen Haushalt, nachdem diese Teile des europäischen Haushaltes von den Mitgliedstaaten gekürzt worden sind im letzten Jahr. Deswegen wird das schon ein schwieriger Manöver sein. Aber ich glaube, bleibt uns nichts anderes übrig, als dieses gemeinsam zu betreiben. Aber wir sollten auch deutlich machen, dass Saudi-Arabien oder die Golfstaaten und Katar ihre Pflicht wahrnehmen und auch sehr viel mehr Geld zur Verfügung stellen sollten, um ihren arabischen Brüdern zu helfen. Sie sagen, die schwierigste Krise der EU seit 50 Jahren. Kann die EU an dieser Krise scheitern? Ich hoffe nicht. Denn ich glaube, es wird deutlich, dass Europa nicht das Problem ist, sondern Europa Teil der Lösung des Problems ist. Keiner kann das mehr alleine. Kein Nationalstaat kann das mehr alleine bewältigen. Das muss man alle begreifen in diesen Tagen. Deswegen hoffe ich, dass dieser Ansatz einer Einigung, der heute da war, endlich zu einer Entscheidung geführt wird. Aber dass wir einen ständigen Mechanismus auch bekommen. Dass deswegen wir mit dem entsprechenden Vorschloss vom Kommissionspräsident Juncker mit dem Gesetzgebungsverfahren anfangen können. Dass das Europäische Parlament und der Ministerrat mit Mehrheit eine solche Entscheidung treffen können. Aber wie gesagt, das ist das Rumkulturieren an den Symptomen. Wir müssen auch an die Ursachen heran. Und wir haben bisher noch überhaupt nicht über die Lage in Afrika gesprochen mit den langfristigen Problemen, die dort entstehen. Und ich glaube, dass deswegen ein Gesamtkonzept sein muss. Von der Bekämpfung der Ursachen bis hin zu den Fragen der Integration und der gerechten Verteilung. Herr Brock, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Brüssel. Dankeschön. Guten Abend nach Brüssel. Vielen Dank. Vielen Dank.